Britney ist zurück. Britney Spears begeisterte alle, als sie ihren ersten Auftritt ihrer Dauerschau in Las Vegas hatte. Sie präsentierte sich in sieben verschiedenen Outfits, unter anderem auch ein hautfarbiger Overall, der mit Pailletten übersät war. Und das war nicht das einzige gewagte Outfit, das die 32-Jährige trug. Sie zeigte sich auch in einem bauchfreien glitzernden Bühnen-Outfit. Für eine Nummer trug sie sogar eine braune Perücke und bat den Moderator der Show, Mario Lopez, auf die Bühne, der sein blaues Wunder erlebte. Das gesamte Planet Hollywood Resort und Casino war von der Show begeistert, die die Sängerin auf die Beine stellte. Und die Mutter von zwei Kindern hatte jede Menge Promi-Unterstützung. Miley Cyrus, Katy Perry und Selena Gomez saßen in den ersten Reihen. Sie sahen alle begeistert von Britney's Show aus.